Hi, ich bin Roman und heute gibt es für euch Backside Lipslites. Den Farb im leichten Winkel auf das Körb zu. Fußstellung, ganz entspannt wie beim Olli oder Backside Bonetti. Also ich stehe immer schön vor den Schrauben und den Fuß ganz aufs Tail drauf. Bin dann am Curb rein, Olli die ab, mach die Backside Bonetti Bewegung. Ganz wichtig, die Bewegung zum Körb hin, weil viele springen halt weg, kommen dann halt bestenfalls im Backtail rein oder treffen das Körb gar nicht. Blick, ganz wichtig, in Fahrtrichtung. Der Trick wird mit den Schultern eingeleitet. Ihr dreht die Schultern mit, aber den Blick nach vorne. Gewicht habt ihr dann auf der Tail, also nicht auf der Nause, sondern zwei Meter sofort runter, also schön auf der Tail. Wenn ihr dann am Ende seid, müsst ihr dann noch mehr Druck aufs Tail ausüben. Das Board macht dann quasi, wenn ihr einen Blick nach vorne habt und die richtige Schulterhaltung habt, macht das Board dann die automatische Bewegung, wenn es automatisch rauskommt. Ja, dann landet ihr den Trick. Im besten Fall steht ihr dann genauso, wie ihr angefahren seid. Fahrt weiter, freut euch. Das war euer Wechsel-Lips-Light. Das war euer Wechsel-Lips-Light. Das war euer Wechsel-Lips-Light.